hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und heute steht uns folgendes spiel the last night in dem weg das muss ich zehn minuten spielen und dann mal weiter schauen das muss ich installieren also bis gleich da sind wir wieder einmal schnell zulassen mobile games ok noch mal was runterladen ok so 98 prozent eisen muss ja gleich losgehen ich bin mal gespannt wie das spiel ist ich kenne das nicht weiß auch nicht was das ist ich hoffe nur dass es nicht wieder so ein spiel wurde aufbauen quick start ok auch gut ich komme nicht rein ich komme nicht rein es geht weiter es geht weiter ich glaube dass wir es eine spiel wo die figur einfach hin und her läuft und alleine kämpft siehst du mir so viel genauso aus ja ich würde sagen ist das gleiche spiel lol weil das hatte ich ja mit einer magerin gespielt und das ist jetzt mit den krieger das ist ja eins zu eins das gleiche ja das sieht auch gleich aus das sieht auch gleich aus naja naja lassen wir den jetzt hier nochmal schnell durchlaufen müsste gleich fertig sein ich habe gerade übrigens nur den server gewechselt nochmal neu gestartet erstmal habe ich noch ein bisschen gewartet und immer wieder drauf gedrückt auf quick start launch start aber nichts passiert da habe ich mir gedacht komm ich mach mal aus fahr wieder hoch und probier mal anderen server aus anderen server ausprobiert ich spiel jetzt auf den server 96 und da hat es jetzt geklappt ja ja Ja, das war es noch schon mit dem Spiel. Das Tier ist auch das gleiche. Das ist ja richtig witzig. Na gut. Ich werde nochmal hier das Spiel beenden. Wir kennen ja eigentlich das Spiel schon. Aber raus komme ich auch nicht. Naja. Achso. So, das ist ein Ticket ein und fertig sind wir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.